sind wir mal ehrlich der letzte part von der endlose herausforderung auf schwer war nicht so souverän am ende hatte ich einen kleinen rage quit aber ich denke mir das kann ja eigentlich so nicht sein es ist doch wohl möglich dass wir mal vernünftige level kriegen und ich nicht bei einem level sterben rekord 1 was wirklich nur 1 don't cross the line und ich habe noch tot ausgewählt ok don't cross the line ist das hier die line oder das da oben aber das da oben soll die line sein ja ok ich muss das kurz mal verstehen los ok das konzept ist klar ja sogar wirklich klar warte mal pass auf ja aber so soll es gedacht sein oder dass man auf die kugel drauf rennt und die anderen rüber kick so nach dem motto so wird es doch wohl gedacht sein ja alles klar ist tatsächlich ein relativ sickes konzept war das so gedacht da kommt eine kugel ne da kommt immer noch so eine scheiße an die mich ein bisschen verfolgen ist hilfe nein ich spaß aber diese kugel ist ein bisschen doof diese kugel ist ein bisschen doof weil die kugel ist ein bisschen doof weil die kommt mir ja praktisch wirklich komplett hinten rein ich sollte vielleicht die letztere kugel nehmen ja so oh shit achso ich kann ja springen ich kann ja springen bin ich denn dumm wieso kam ich jetzt auf die idee dass ich nicht springen könnte ich glaube ich weiß warum ich glaube ich glaube ich weiß warum ich auf die idee kam dass ich nicht springen ok es ist frühmorgens also ja es ist halb zehn ich bin gerade erst aufgestanden tu sowas nicht mit mir an meinem an meinem morgen ich kann ja hier springen wieso bin ich auf die idee gekommen dass ich hier nicht jetzt mal oh guck mal oh guck mal oh guck mal wir schaffen das wir schaffen das ich schaffe ein level auf sehr nicht sehr schwer auf schwer das ist krass oder überhaupt nicht behauptet dass ich es schaffe guumba töten ihr kleinen hutbürger ne hurra so ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig geht auch an meinen an meinen puls ich habe meine mein ding gerade nicht um um zu gucken was mein puls macht aber ich glaube er könnte sich gar ein bisschen aufheizen als ob das zählt ach man als ob das ach man aber ich frage mich wie das wie das funktioniert mit diesen mit diesen dass die blöcke dann halt also woher dass das bei der linie dann halt das auslöst ist ja ja deutsch habe ich studiert aber dass das frage mich wirklich weil irgendwie weil kann verstehen bleiben da oder was man theoretisch kann man doch einfach durch rennen fick dich also ich war doch am ziel es kann doch nicht sein es hat doch nicht gezählt es hat man als ob das so ach du scheiße ach du scheiße okay ich muss mich erstmal wieder nochmal hinsetzen als ob das ich hasse einfach alles als ob das gerade noch ach alter zweites level zweites level zweites level zweites level hey ok wo ich sehe nicht genau wohin es geht aber ich schätze man muss keine kein extra leben und ihre man muss halt auf die kupas drauf alles klar das wäre bedeutend schwieriger gewesen zu dem zeitpunkt ich weiß nicht was ich manchmal für ein problem habe als ich noch nicht wusste dass man wege drückt halten kann und direkt wieder abzuspringen er noch drei leben hahaha 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 hätte ja klappen können hätte ja klappen können aber was weiß ich schon langsam wird es halt auch ein bisschen lächerlich ne letztes leben ach komm alter das kann ja leck mich nochmal rekord 1 rekord 1 rekord 1 rekord 1 rekord 1 oh gott nein cape mario ich bin tot es geht überhaupt nicht ist nicht möglich ok ok steigt die lava nein ok 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 sieht aber erstmal aus wie ein level das man spielen kann ne oder was ist das hier für scheiß hier rein magikamek oh no kein schlüssel wo denn dann hier drin bum bum oh no ich darf mich halt nicht treffen lassen von ihm ne ich weiß nicht was denn was ist sein angriffsmuster tja keine ahnung gibt es nur eine feder in dem level oder was ist so schwierig ich verstehe nicht wie ich den treffen soll also ich verstehe ich verstehe noch nicht genau wie ich den wie es geht als ob als ob danke noch nicht ganz verstanden wie ich äh bum bum treffen soll vernünftig weil er fliegt ja so komisch er kommt ja nicht so weit runter ne was machst du ey du spaß du spaß hast noch nicht bezahlt was ist das hier für ein scheiß kann ich da mal kann ich da mal kann ich da mal rein kann man sogar soll man das hä 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 willst du mir nicht ernst erzählen dass wir hier zwei Bowser Juniors haben die man alle besiegen muss ohne sich einmal treffen zu lassen das willst du mir jetzt nicht Gott ach Magikameka rein da let's try again ich verstehe halt sein Musterrad noch nicht was er macht er fliegt erst rum und dann macht er so ja hä ich verstehe es nicht also ich verstehe literally sein Bewegungsmuster nicht warte mal wenn ich jetzt einfach hier rüber rein ne dann bremst er ab hä wie soll ich ihn denn jetzt ich muss ihn irgendwie ich er kommt ja nicht runter er kommt ja nicht runter er bleibt ja viel zu weit oben ich komme ja gar nicht so hoch es geht ja einfach nicht keine Ahnung verstehe ich nicht ich weiß nicht wie das gehen soll keine Ahnung er kommt nicht also ich kann ja nicht höher springen ich verstehe nicht wie ich so offen sein Kopf drauf kommen soll die Infinite Lutz ach du scheiße hier vielleicht was oh nein oh no kann man auf den Spin jumpen ich weiß ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht kommt der wieder hallo kommt der wieder kann man auf den Spin jumpen oder nicht ich weiß es wirklich nicht wir testen es jetzt nochmal aus bim bim kann man? kann man kann what the hell ach du scheiße ich kann doch keine Spin Jumps das musst du doch beachten alter ich kann als ob ich Spin Jumps könnte welchem Leben denkst du bin ich denn? Alter bin ich bin ich komplett dämlich alter jetzt mal jetzt mal hmmm ohm der Kern des Menschen ist gut außer der Kern von dem Level erstellt er dieses Levels der ist böse und bösartig und gehört hinter Gitter beziehungsweise eigentlich nein das Level ist ja gar nicht das Problem sondern ich weil ich weil ich offensichtlicherweise zu dämlich bin für 2D Mario und ich stelle mir so langsam die Frage ob ich dieses Spiel hier lieber hätte nicht kaufen sollen alter please es ist es ist Rekord ein Level hm ganz im Ernst ganz im Ernst ich hab ich hab halt wirklich auch einfach man achso Castle Crash Hop Cat 7 ok und was 8 Sekunden wo ist das? ww 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 wWat? sag mir das doch irgendwie im im Dings da in dem Titel das ist ein Speedrun was ist das da oben für ein was ist das da oben was ist das für eine Tür? bringt mich die Tür eventuell zum Ziel? tja dann habe ich weiß nicht genau was das entspann dich alles gut ok ein try noch weil das war jetzt nicht meine schuld ich will halt nicht alle mein leben an so einem müll hier manchmal galaxy besiege alle bauser und erreiche das ziel ein südkoreanisches level ach du scheiße da ist vielleicht ein item drin ehre ich irgendwann aber halt einfach dein maul ach du schande ach man es kann doch aber auch nicht sein dass ich ich weiß was man tun muss und ich mache es im ansatz richtig aber jedes mal kommt dann irgendein mist weshalb ich sein doch verkackt das kann ich kann doch keiner erzählen ach alter kick dich so ich weiß was hier gefordert ist oder weiß ich das ja hier rüber ich hasse diese gravitation ich finde es so absolut furchtbar gibt mir ein leben du absoluter ehrenwert gibt mir ein leben gibt mir ein leben ich danke dir danke dir wohin 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 ich sehe ich sehe nicht ich sehe nicht ich sehe nicht oh mein gott was weiß ich denn suddenly okay scrolling level darauf habe ich nicht was 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 bum bum bitte geht das let me go ich brauche ich brauche dich bauser wie soll ich denn bauser besiegen ist hier ein stern drin bitte sagt mir dass da ein stern drin ist das kann hör auf zu scrollen man ich muss diese blume behalten oder die blume bin ich komplett oh mein gott oh mein gott habe ich ein was hallo wie komme ich da rein habe ich habe ich ein level auf sehr schwer geschafft habe ich habe ich habe ich habe ich habe level geschafft ich habe wo man den rekord berechnen ich verstehe schon den ersten sprung nicht ich verstehe schon den ersten sprung aber nicht ok ok nein ganz ehrlich darauf habe ich direkt keinen bock darauf habe ich direkt keinen bock so ein speedrun level mit drei leben ich weiß nicht was kommt nee nee sorry da bin ich einfach direkt raus palm hopper palm hopper palm hüpfer wo wisst ihr was passiert ist ich war gerade noch in dem in dem modus von wegen dass wir diese anti gravity haben bei dem sprung diesen grad zu schnell deswegen bin damit gar nicht klar gekommen warum sind hier oh mein gott ich danke dir leben ja ich werde diesen rekord niemals brechen können aber ich werde einfach anderweitig brechen ich brauche qualität beim nächsten mal gibt es wieder neue level